Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Südhemmer-Map, zusammen mit dem Carlo. Moin moin. So, ähm, was haben wir jetzt zu machen? Und zwar den... Ähm, Carlo, du kannst eigentlich mit dem Autolot dort bei den Hühnern die Eier aufsammeln. Ja. Dann mach ich... Ähm... Diesel zum Komposter. Ähm, wo steht der Autolot? Der ist dort. Du musst durchswitchen. Okay. Du hast da ein bisschen, weil wir so viele Fahrzeuge haben. So. Und was sagst du, die Gewichte, die wir vorhin drauf haben? Sieht gut aus. Danke. Okay. Falls sich wundert, warum die anderen, äh, der Stefan und der Heiko nicht da sind, die kommen erst später. Ja. Ähm. Ähm, der ist leer, passt. Da können wir dann mit dem Diesel machen. Also, der, äh, der Autolot ist der oben bei den Pferden. Also, der Autolot, meinst du? Ja, der ist oben, glaub ich. Ich weiß nicht mehr, weil ich war gestern nicht mehr da. Also, mit dem, äh, wo ich die... Ah ja, aufsammeln. Okay. Okay. Ich mach dann, äh, wieder weiter, sauber, da bei den Tieren. So, bei den Kühen ist alles vor's Zauber, da ist noch was. Und, ja. Die Kollisionen, da bei den Träger, da ist aber auch nicht zu gut. So. Okay. Und Da müssen wir einmal später bei den Feldern schauen, wie es dort aussieht Ja So, bei den Kühen bin ich fertig mit Zaubermachen und dann gehe ich zu den Schweinen Ähm Hast du schon einmal einen eigenen Server gehabt? Ähm, ja War es für einen von G-Portal oder Neutral? Ähm, ich glaube... G-Portal hat... Weil unserer, der ist ja auch von G-Portal und der ist in den letzten paar Tagen sechsmal abgestürzt Hm, nicht gut G-Portal hat er gespeichert 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 Warte mal, ich lade es da auf Wohin jetzt? Verkaufen Ok Warte mal, ich mache schnell Thumbnail Danke Danke Bitte Weißt du, warum das nicht da im Trigon genommen wird? Ich will das nicht da im Trigon Ich will das nicht da im Trigon Ich will das nicht da im Trigon Ich schau mal So, geht's mit dir? Ich weiß nicht. Ja, bei der Funktion jetzt. So, dann gehen wir hier schnell Diesel einfüllen. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Mal. So, dann gehen wir hier, damit wir miniheiratoren. So, dann geht es dann nochmal bestimmte Organ für die Abwehr und die Abwehr, die Abwehr... So, dann die Abwehr oder die Abwehr? Abwehrabanussend, die Abwehr, die Abwehr... ...teugier diese Abwehr? Warum funktioniert das jetzt nicht? So Jetzt geht's So Dann mache ich noch schnell was anderes So Solida weil verkaufen Nee, komm zu Ah, die Wolperl hätten seine Arsch wieder voll So, dann schauen wir mal, wie ein Preis Beim Galshaus ist es am besten Okay, warte, ich schau kurz Okay, dann fahre ich dorthin So Ja, wir kommen schon Auslern So Was würdest du noch für einen Mutz drauf nehmen? Äh, keine Ahnung Haben wir eh momentan noch genug, oder? Ja Jetzt habe ich mich jetzt gefahren, auch noch So So Jetzt geht's Dann fahren wir So und drüber Passt Ich weiß auch nicht, warum der Einschlag da so ist Ja, wir kommen schon mit den Wolperl hätten Jetzt hat's kurz geleckt Da auch wieder drüber passt So Dann kann man das Was, was haben wir sonst noch zu machen Die Wolle muss noch weg Was noch Keine Ahnung Dann haben wir noch irgendwas Was jetzt Jetzt kommt gleich wieder Geld Didn't Ja, wir werden noch Das ist Schnell Ich will noch As Oh Ich habe Ich habe Ih Was, warum du nichts verkauft hast? Was, warum du nichts verkauft hast? Warte mal, wie mache ich das mit dem Auto schnell? schon okay Den Präger haben sie ein bisschen woanders gesetzt Ja, wahrscheinlich So, jetzt Da mache ich mich zum, danke fürs helfen Bitte Da mache ich mich zu die Schafe Ja Was machst du? Ähm Die Folge ist auch später zu Ende Willst du oben oder drin? Ja, kann ich Ja, dann kann ich es jetzt machen Gut, das war es dann schon wieder mit der Folge Lasst ein Like und ein Abo da Und bis zum nächsten Mal